Es sind circa 10 Minuten verflossen, als zwei dieser eigenartigen Männer, die unsere Gastgeber sind, zu uns kommen. Sie sprechen mich an und teilen mir unmissverständlich mit, dass ich mit ihnen gehen soll. Ich scheine keine andere Wahl zu haben, als ihrer Aufforderung zu folgen. Wir trennen uns also. Ich lasse meinen Funker zurück und folge den beiden. Bald darauf erreichen wir einen Fahrstuhl, den wir betreten. Wir gleiten abwärts. Als wir Halt machen, gleitet die Tür leise nach oben. Wir gehen durch einen langen, tunnelartigen Gang, der durch ein hellrotes Licht beleuchtet wird. Das hellrote Licht scheint durch die Wände zu strahlen. Wir kommen vor eine große Tür. Vor dieser großen Tür halten wir an und bleiben stehen. Über der großen Tür befindet sich eine Inschrift, über die ich nichts sagen kann. Ganz ohne Geräusche gleitet die Tür zur Seite. Eine Stimme fordert mich auf, einzutreten. Seien Sie ganz ohne Sorge, Admiral, beruhigt mich die Stimme von einem meiner beiden Begleiter. Sie werden vom Meister empfangen werden. Also trete ich ein. Ich bin wie geblendet. Die Vielzahl der Farben, das Licht, das den Raum füllt, meine Augen wissen nicht wohin und müssen sich erst einmal an den Zustand gewöhnen. Es dauert eine Weile bis ich was erkennen kann, von dem was mich umgibt. Das, was ich nun sehe, ist das Allerschönste, was ich jemals zu sehen bekam. Es ist herrlicher, schöner und prachtvoller, als dass ich in der Lage wäre, es zu schildern. Ich glaube, keine Sprache ist in der Lage, das in Worte zu fassen, was ich hier sehen darf. Ich glaube, es fehlen der Menschheit Worte hierfür. Meine Betrachtungen und Besinnungen werden durch eine melodiöse, warmherzige Stimme unterbrochen, ich entrichte Ihnen den Willkommensgruß. Seien Sie in unserem Land auf das herzlichste Willkommen, Admiral. Vor mir ist ein Mann mit edler Statur und einem feinen Gesicht, das von den reifen Zügen des Alters geprägt ist. Er sitzt an einem imposanten Tisch und gibt mir mit einer Hand Bewegung zu verstehen, dass ich mich auf einen der bereitstehenden Stühle setzen soll. Ich folge dieser Aufforderung und setze mich, danach faltet er seine Hände so, dass er seine Fingerspitzen zusammenlegt. Er lächelt mir zu. Wir haben Sie zu uns gelassen, weil Sie einen gefestigten Charakter haben und oben auf der Welt über einen großen Bekanntheitsgrad verfügen. Oben auf der Welt? Ich ringe nach Atem. Ja, so erwidert der Meister meinen Gedanken, Sie sind nun mehr im Reich der Ariani, im Inneren der Welt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Ihre Mission lange unterbrechen müssen. Sie werden schon bald wieder an die Oberfläche der Erde zurückgeführt werden. Aber vorerst werde ich Ihnen mitteilen, warum ich Sie kommen ließ, Admiral. Wir verfolgen das Geschehen oben auf der Erde. Unser Interesse wurde geweckt, als ihr die ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki warft. Zu jener schlimmen Stunde kamen wir mit unseren Flugscheiben in eure Welt. Wir mussten selber sehen, was eure Rasse tat. Das ist inzwischen schon wieder lange her, und ihr würdet sagen, es ist Geschichte. Aber es ist für uns bedeutend. Bitte lassen Sie mich fortfahren. Wir haben uns bisher in eure Schamützel und Kriege nicht eingemischt. Eure Baba-Eien, wir haben sie zugelassen. Inzwischen habt ihr aber angefangen, mit Kräften herum zu experimentieren, die eigentlich nie für den Menschen gedacht waren. Dies ist die Atomkraft. Wir haben bereits einiges versucht. Wir haben den Machthabern der Weltbotschaften überbringen lassen. Aber sie glauben nicht, auf uns hören zu müssen. Aus genau diesem Grund wurden sie ausgewählt. Sie sollen Zeugnis für uns ablegen, Zeugnis dafür, dass es uns und diese Welt im Inneren der Erde gibt, dass wir hier wirklich existieren. Schauen Sie sich um, und Sie werden sehr bald feststellen, dass unsere Wissenschaft und unsere Kultur mehrere tausend Jahre, der euren Voraus ist. Schauen Sie, Admiral. Aber, so unterbrach ich den Meister, was hat das mit mir zu tun, Sir? Der Meister schien in mir einzutauchen, und nachdem er mich eine Zeit lang ernst gemustert hatte, verwiderte er, eure Rasse hat den, Point of No Return, erreicht. Ihr habt Menschen unter euch, die eher bereit sind, die ganze Welt zu zerstören, als dass sie bereit wären ihre Macht abzugeben, die Macht von der sie meinen, sie zu kennen. Ich wiederum gab ihm mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass ich seinen Ausführungen folgen konnte. Und so konnte der Meister fortfahren zu sprechen, bereits seit zwei Jahren versuchen wir immer wieder, Kontakte zu euch herbeizuführen. Aber all unsere Versuche werden mit Aggressivität von euch beantwortet. Unsere Flugscheiben wurden von euren Kampfflugzeugen verfolgt, angegriffen und beschossen. Nun muss ich Ihnen sagen, mein Sohn, dass eine gewaltige und schlimme Raserei aufzieht, ein mächtiger Sturm wird über ihr Land fegen, und für lange Zeit wird er wüten. Fassungslos werden eure Wissenschaftler und eure Armeen dem Gegenüber stehen und keine Lösungen anbieten können. Dieser Sturm trägt die Macht in sich, dass alles Leben, die komplette Zivilisation bei ihnen vernichtet werden könnte, dass jede Kultur zerstört und alles in Chaos versinken könnte. Der soeben beendete Große Krieg ist nur ein Vorspiel für das, was auf euch zukommen kann. Für uns hier stellt sich das Stunde für Stunde und Tag für Tag deutlicher dar. Gehen Sie davon aus, dass ich mich irre. Nein, es ist ja schon mal die schwarze Zeit über uns gekommen, und die hat dann ganze 500 Jahre angehalten, entgegnete ich dem Meister. So ist es mein Sohn, bewiderte er, die düsteren Zeiten werden euer Land mit einem Leichentuch überdecken. Und doch gehe ich davon aus, dass einige von ihrer Rasse diesen Brand überleben werden. Was dann geschieht, darüber kann ich nichts sagen. Wir sehen aber weit in der Zukunft eine neue Erde entstehen, diese wird aus den Trümmern eurer alten Welt aufgebaut werden, und man wird sich ihrer legendären Schätze erinnern und nach ihnen suchen. Und schau, die legendären Schätze werden hier bei uns sein. Wir sind es, die sie sicher verwalten. Wenn diese Zukunft begonnen hat, werden wir uns zu euch stellen, werden wir den Menschen helfen, ihre Kultur und ihre Rasse neu zugegeben. Möglicherweise habt ihr dann die Erkenntnis gewonnen, dass Krieg und Gewalt nicht in die Zukunft führt. Für die Zeit, die dann folgt, wird euch wieder altes Wissen zugänglich gemacht werden, Wissen, was ihr alles schon einmal hattet. Von ihnen, mein Sohn, erwarte ich, dass sie mit diesen Informationen an die obere Erde zurückkommen. Mit dieser Aufforderung beendete der Meister seine Unterredung und ließ mich sehr verwirrt zurück, aber mir war deutlich klar geworden, dass der Meister recht haben wird. Aus Hochachtung oder aus Demut, ich weiß es nicht, auf jeden Fall verabschiedete ich mich mit einer leichten Verbeugung. Ehe ich mich versah, tauchten auch meine beiden Begleiter, die mich hierher geführt hatten, wieder auf. Sie wiesen mir den Weg. Ich aber wendete mich noch einmal zu dem Meister um. Es war ein warmes, freundliches Lächeln auf seinem alten, edlen Gesicht. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise, mein Sohn. Er gab mir als letztes noch das Zeichen des Friedens mit auf den Weg. Dann war die Begegnung unwiderruflich zu Ende. Wir gingen zügig zu unserem Fahrstuhl zurück. Wir fuhren wieder nach oben. Unterdessen erklärte mir einer meiner festen Begleiter, Nach der Beendigung der Unterredung mit dem Meister hätten wir es jetzt recht eilig. Der Meister wolle auf keinen Fall unseren Zeitplan länger verzögern, und außerdem wäre es wichtig, umgehend die erhaltene Botschaft meiner Rasse zu überbringen. Ich sagte zu alledem nichts. Er tat dies, aber erst zehn Jahre später. Und die meisten halten die Geschichte für erfunden.